Hi Leute, heute möchte ich euch ein reines Kinderfeuerwerksortiment vorstellen, das Level Up von Leslie Feuerwerk, 207 teilig, hatte ich bei Center Shop gekauft. Und zwar ist es wirklich ein reines Kinderfeuerwerksortiment, ohne großartig was anzuzünden zu müssen. Ähm, ja, vorwiegend Partypopper, hier auch in Vulkanform Partypopper, normale Partypopper, die Beats sind Riesenknallerbsen, die Little Beats sind Knallerbsennormale, dann haben wir hier Fontaine noch von Leslie, diese Kinderfackeln und Star ist quasi sind normale Wunderkerzen. Ja, ich hab mich halt schon geärgert hier mit diesem Vulkan, hatte ich gedacht, ah, wieder schöne Vulkane mal im Sortiment, aber, ja, war wohl nix, war ein Partypopper. Aber egal, trotzdem werde ich euch das Sortiment jetzt komplett zeigen und, ja, wir sehen uns jetzt gleich draußen wieder. Ja, wir sehen uns jetzt 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 wieder. Böken, äh, wir sehen uns jetzt an, da. So, ich habe jetzt noch ein paar Teile. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Partypopper in Vulkanform von Leslie Feuerwerk Kategorie 1, BAM F1, 27422 Normale kleine Partypopper Konfetti Tornado ZDF, 2020 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 ZDF, 2020